sicher ist sicher das ist jetzt natürlich doof das habe ich so schon eingenommen und jetzt bin ich wieder komplett nach hinten oh ich habe hier gar nichts drin was ist in dem Bruchtal wo ist meine 1 2 oh oh habe ich einen Helden verloren das wäre jetzt wohl übelst blöd nee warte der ist da unten oh gott ja klar wie gesagt ich renne da jetzt mit mit Drohers wenn ich einmal komplett durchs Land ist mir egal den Rest weiß ich nicht muss ich jetzt mal gucken oh viele Leute passen da nicht rein ist aber nicht gut ok das sind zu viele ähm gut der greift an den muss ich irgendwie defensiv setzen kann ich da ein paar Leute rüber bringen das ist sehr gut hier würde ich gerne angreifen hier setze ich mich defensiv hin und hier genauso dann habe ich soweit alles genau da ist ausgebildetes Zeug kann ich erstmal da runter ok Hallendon werde ich nicht verteidigen können aber die Turmberge sollten sicher sein genauso die sind das die Etten ne das heißt anders das heißt nicht gang okay sagt mir gar nichts da sind die nördlichen wo sind die Ettenöden die sind gar nicht hier nur die sind doch warte mal die müssen auch hier irgendwas sein oder ok das ist jetzt sehr peinlich aber ich will die Ettenöden ich weiß sie gibt's die muss es geben wo sind die Ettenöden da sind die Ettenöden mein wenigstens wusste ich in welcher Himmelsrichtung das land gut Phase beenden was passiert scheiße ok Bruchteil kann ich voll vergessen da weiß ich nicht wie ich das verteidigen soll das hier kann ich mir allerdings holen das ist geschenkt komm der will echt kämpfen äh nein ok gut ah ich glaube auf der Map gibt's ne Menge Zeug zum Einnehmen ist das nicht ne Turnier Map ich weiß es gar nicht so bauen wir erstmal Zeugs auf dann holen wir uns das hier eigentlich muss ich jetzt bloß durchhalten bis ich ja guck hier gibt's ne ganze Länge zum Einnehmen wie gesagt ich muss nur durchhalten bis der Balldruck und der Drache fertig sind dann hab ich gewonnen aber wahrscheinlich gewinne ich schon vorher ja ja die bösen bösen gerade was haben wir hier ja können sie zerstören dann machen sie den noch tot dann greifen sie das an dann nehmen wir das ein dann holen wir uns das Zeugs dann rennt sie mal da hin ja die sind ja Stufe 2 dann können sie schon ein bisschen Schaden nehmen das kennt man gut der rennt da hin der rennt da hin dann bauen wir hier noch ein Gebäude und dann bauen wir hier so ein Ausbildungsbetrieb hier so ein Orkteil ich glaub mit den Speeren habt ihr mehr offensive Kraft wieso haben wir das jetzt nicht eingenommen Jungs wie soll das und da holen wir uns die Fledermäuse ja die Waage die könnt ihr auch noch vernichten sehr schön sind die ausgerüstet? oder ich weiß nicht es sieht für mich immer so aus als hätten diese Spinnenreiter die macht lieber den Wartbau kaputt ähm als hätten die Giftsperre sieht für mich immer so aus aber vielleicht irre ich mich da auch gerade einfach bloß blöd so schon weiter bauen das sollten wir mal upgraden hier so dann bauen wir noch Spinnen Wartbau zerstört ich hab so viel Geld und dann greifen wir mal da an halt erst holen wir uns noch den Vorposten da haben wir vier Vorposten die will gar nicht wissen wie viel Geld ich bekomme wir meinen es sind 60 pro Tick oder sind 60 na irgendwie sowas in der Richtung so dann können wir da runter gehen so die Spinnen noch mehr Spinnen okay was haben wir hier irgendjemand ist gestorben dort sehr schön gehen wir da mal einen kleinen Boost die können da wieder ah da ist der Boromir weißt du was eigentlich musst du da nur rein rennen es gibt so viel Geld unglaublich weg von welcher Miene was soll denn das aha dann wird mal doch ein paar Orts aus dann bauen wir hier noch Türme so defensive Verteidigungskraft drüber reiten schnell ja ich konnte es nicht mal retten schade na gut dann bauen wir hier noch Zeug so da will er mir wieder mein Zeugs wegnehmen den muss ich halt weghauen hier den Boromir der muss weg ja der stirbt auch gleich wo ist er denn ach Jungs habt ihr Angst vor ein bisschen Musik Lautstärke Horn peinlich ne 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 die sind hier drehen 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 und wow ok so darüber ok dann hier noch ein Turm hin braucht man ja die Türme ne ist ja mal sicher halt Moment mal gut ok ich kann mal angreifen gehen viel geht hier jetzt nicht mehr ne ne ein bisschen Vergiftung wäre gut ich glaube ich baue jetzt hier gleich so ein Teil ich meine viel ausrüsten kann ich jetzt hier leider nicht einfach weil die Beschränkung bei 360 sehr bescheiden ist vor allem für eine Karte die so groß ist aber sei es wie es ist es ist wie es ist so so da sind seine Reiter da sind meine Reiter da ist eine ganze Menge anderes Zeugs so die Reiter ja guck die sind doch vergiftet oder der da zumindest wie dem auch sei noch ein Türmchen wir könnten es jetzt eigentlich noch alles hier ja 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 schön bauen wir mal warte 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 so für die Leute die sich jetzt fragen warum baue ich ein zweites das mache ich damit es schneller geht weil ich so viel Geld habe denn bedenkt ich kann zwei Teile bereits auf Stufe 1 das Upgraden und zwei auf Stufe 3 das heißt während ich das eine Schatzlager auf 3 mache baue ich das zweite und dann kann ich doppelt forschen und bin doppelt so schnell durch mit allen Forschungen glaube ich dann bauen wir gleich noch eins aber erweitern wir es gleich noch mal meine ich also ein drittes zu bauen wäre ziemlich also naja na aber zwei das ist in Ordnung wenn man es wirklich und ich habe es überguckt euch das Geld an und ich könnte eine Festung bauen und hätte immer noch 3000 übrig weißt du was vielleicht mache ich das auch gleich so mal schauen aber erst würde ich hier gerne noch gewinnen sollte auch machbar sein sollte machbar sein jetzt zerstören wir erstmal das Türmchen hier wie gesagt ich muss ja wirklich bloß warten bis zum Bywark ist es jetzt endlich abgegradet jetzt toll jetzt 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 hauen sie ab feiglinge gut soll mir recht sein viele Truppen habe ich jetzt hier nicht aber sei es drum kriegen die auch noch einen Banner-Träger nice gut sehr schön zumindest verteidigt viel verloren habe ich nicht eine kleine Garnission bleibt übrig das ist gut passt leider verliere ich links gegen Saruman damit wir auch schon wieder irgendwas weg wo müssen wir noch kämpfen Los Los Triandel gut kämpfen wir dort die Gegner geben schon immer auf vorher haben sie immer sich zurückgezogen und jetzt machen sie das nicht mehr ja ok ich meine ich würde es auch probieren wenn ich da nur einen Helden hätte gegenüber einer kleinen Armee ja schon machbar theoretisch aber naja nun denn wie auch immer gucken wir mal oh die sind ausgerüstet also ein paar davon sind ausgerüstet ne weißt du was du brauchst mir fest ne irgendwo muss ich anfangen zu bauen das Land ist einfach viel zu groß so wie gesagt holen wir uns wieder üblichen Fähigkeiten Moment für Lädelmeisels ok der Stufe 2 hat keine Feuerpfeile macht es kaputt so schwer ist es ja nicht den Grab und Holt hier zu töten müsste machbar sein noch mehr Geld ja gibt die Kohle was haben wir noch hier wird noch gebaut ich habe keine Ahnung wo der Feind ist deswegen bin ich ja mit euch am suchen das ist sehr schön dann bauen wir gleich noch eins dann bauen wir noch eins na also oh der hat auch ausgerüstete Einheiten irgendwo dort verdicht nicht mehr na eben da stirbt ja alles von dem was macht der denn wow also die kassieren aber gut viel zum Ausbilden kommen werde ich hier wahrscheinlich nicht aber ich kann es mal probieren ja das ist tatsächlich der Feind wow so dann noch ein bisschen Gift Baumeister können wir uns noch holen hinter uns kommen auch noch Gegner da ist so ein Typ wie will ich eigentlich nicht verlieren na schafft das na kommt schon kann nicht so schwer sein so die Spinnengrube ist auch fertig und bauen noch eine zweite die Amina vernichten ist was außer Erdnach irgendwo ein Baumeister wird man schon irgendwo irgendwie finden ah ja sehr schön was baut er einen Turm schöne Idee bringt dir aber nichts das war sehr einfach wieso auch immer mal schauen sehen wir schon gut kurzer Zwischenspeicherstand und dann können wir hier eine ganz große Armee ausgraben wird ein bisschen dauern aber ist machbar sollte es auf jeden Fall dann mal gucken dürfte nicht allzu schwer werden das sind ja bloß Zwerge und Uruk-Kai zwei Gegner das ist sehr gut machbar oh Gott mit der Truppe auf jeden Fall ist ja jetzt schon GG da frage ich mich wieso das wieso der hält es einfach so gut so da unten scheinen sie nicht zu sein das ist ein Ordner dann können wir darüber rennen das neue Gebäude ist fertig ich dachte wir sind fertig ja den nehmen wir nicht auf einen da sind ein Vorposten ah nee ich denke da und das ist Weitsicht das ist aber nicht leider das ist sehr schön dann holen wir uns das Gebäude noch das möchte ich auch einnehmen so ja wenn der da rumsteht dann kannst du auch töten schnell zurück schnell zurück ich baue jetzt hier doch eine Festung schnell auf aber deswegen warte mal warte mal oh Vorsicht Vorsicht wir haben ne 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 nicht da ruhig sein da den Baumeister den könnt ihr euch holen macht euch kampfbereit so wenn die da oben irgendwo sind da sind sie da machen wir den Rohstoff rauf er kann da angreifen äh die Festung wenn die mir stirbt habe ich ein riesen Problem der Schattel oh oh das sieht sehr schlecht aus lauf Baumeister lauf lauf verdammt tja sowas kann mal passieren das Problem ist dass ich jetzt den Helden nicht mehr habe scheiße aber es soll ja spannend bleiben Bruchtal gebe ich auf das ist das ist ohne Armee keine Chance keine Chance also sie hat den Helden verloren aber bist doof das Miese ist halt dass die Gegner jetzt mit ausgerüsteten Einheiten kommen teilweise und das ist zu stark für eine Festung ich hätte die Festung von Anfang an bauen sollen dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt ja während ich unten rumgegangen bin es eher halt oben rumgegangen dann haben sich die Truppen nie getroffen das brauche ich gar nicht gegen vier Leute probieren keine Chance ich habe hier auch null Verteidigungsmöglichkeiten ich habe keine Türme keine Katapulte von Anfang an ist halt keine echte Festungskarte wenn man jetzt hier so schaut steht zwar dran glaube ich Festungskarte aber naja naja naja